Die letzten im Peloton sind üblicherweise nicht Schwerpunkt der Berichterstattung, aber bei der Tour 2017 ist alles anders. Hier kommt das Team Pupcrawl aus England. Sollen Sie mir nicht böse, aber an die muss ich mich erst noch gewöhnen. Es ist das ungewöhnlichste Team in der Geschichte der Tour. Alan, Steve, Jamie, John, Paul und Ringo bestreiten die Tour als erstes Team überhaupt auf dem Bierbike. Möglich macht es ein Schlupfloch im Reglement. Es lässt offen, ob das Team auf mehreren Fahrrädern antritt oder auf einem. Fußball- und Kneipenlegende Paul Gascoyne betreut das Team Pupcrawl als Teamchef. Auf seiner Erfahrung ruhen viele Hoffnungen. Die sechs Engländer leben und trainieren in der Bierbike-Hauptstadt Berlin. Ihr Rat ist eine Spezialanfertigung mit Leichtmetallrahmen und Schnellzapfanlage. An den Sieg denkt im Team Pupcrawl niemand, aber als Werbung für den Radsport ist ihre Teilnahme schon jetzt ein Erfolg. Der Radsport ist eine Spezialanfertigung.